Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, Anne Kastropa beim Stadtwerke Bochum VfL-Talk von der WAZ und Radio Bochum. Heute bei mir im Studio sind Ralf Ritter von der WAZ. Hallo zusammen, hallo Annalena, hallo Günther. Hi und Günther, genau, Günther Pohl. Hallo ihr beiden. Hallo von Radio Bochum, so wie ich auch, Annalena Fetges, mein Name. Und Günther, du startest wie immer mit deinem Anstoß. Leg los. Ja, diesmal war es mal wieder so, was eigentlich der Normalfall ist, dass Qualität auch Mentalität schlägt. Das war das eine. Und das zweite habe ich das Gefühl, dass nach dem Bayern-Spiel bei einigen Fans, wenigen, bei einigen Fans offensichtlich, der sich so ein bisschen den Blick für das Wesentliche vernebelt hat. Denn wie die, die den VfL vor 14 Tagen gefeiert haben, jetzt auf den Trainer und einige Spieler eindreschen in den Foren, ist schon extrem, weil gefallen hat mir auch nicht, dass man dann beleidigt ist, wenn es 4 zu 1 steht und auf der Südtribüne hunderte aufstehen und nach Hause gehen, finde ich auch nicht so gut. Und man sollte sich daran erinnern, wo der VfL herkommt, was die primäre Aufgabe des VfL ist, nämlich der Klassenerhalt. Und da sollte man jetzt nicht glauben, dass man eben Leipzig mal eben wegschlägt. Das war schon ein Wunder gegen Bayern, gegen Stuttgart, der Punkt gegen Dortmund, aber man schlägt nicht jede Spitzenmannschaft. Ja, das war jetzt viel bei. Du sagst es, also es war ähnlich ein Tor fest gegen uns wie in Gladbach schon, aber trotzdem nicht das Gleiche, oder? Also trotzdem, finde ich, haben wir eben, wie du sagst, Mentalität gezeigt. Es war die Einstellung da, 85 Minuten, wie Thomas Letch auch selbst gesagt hat. Also wir waren nicht ganz so planlos wie in Gladbach. Nein, es war überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Spiel in Gladbach, wo man wirklich einen ganz schwachen Tag erwischt hat. Und jetzt hat man gegen eine absolute Top-Mannschaft gespielt mit Individualisten, die ihresgleichen suchen in der Bundesliga. Ja, da können nur wenige mithalten. Wenn ich an Denny Olmo denke, den Schuss zum 1 zu 1, da hat er es gezeigt, dann Xavi Simons und dann kommt von der Banken Luis Openda, Yusuf Paulsen und Wirbeln da rum oder auch der Elmas, ja, wissen vielleicht viele gar nicht. Der hat 25 Millionen Euro mal eben gekostet im Winter, der kommt auch von der Bank. Das war enorme Qualität, gerade in der Geschwindigkeit, in der Ballbehandlung, dass Leipzig da auf dem Platz hatte. Und Borum hat es bis zum 1 zu 2 relativ gut verteidigt. Das war nicht zu vergleichen mit dem Spiel in Gladbach. Ja, ist ja auch der Punkt dann, wo Andreas Lute selbst gesagt hatte, dass 1 zu 2, da ärgert er sich extrem, weil danach irgendwie alle Dämme gebrochen sind. Und das war wahrscheinlich dann auch so, halt auch mental. Also zunächst mal ärgert er sich über sich selbst, weil er den Schuss hätte halten müssen, muss man leider sagen. Können eher müssen. Gingen aber auch Fehler voraus. Also war jetzt nicht nur auf Lutes Kappe dieses Tor. Und dann hat man zwei, drei Minuten komplett die Ordnung verloren. Das darf natürlich nicht passieren. Denn, wie gesagt, diese drei Spieler wurden eingewechselt. Opender Pause machen letztlich den Unterschied. Aber trotzdem muss man da konsequenter dranbleiben. Es gingen immer Ballverluste voraus. Beim 3-1 war es dann Wittek. Beim 2-1 waren es vorher Losli und Stöger. Und da stimmte gar nichts mehr. Und ja, zack, 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 war das Spiel gegessen. Hofmann könnte noch das 2-4 machen. Ich glaube nicht, dass es dann zum Punkt gereicht hätte. Aber Handelfmeter hätte man kriegen müssen auch. Wäre ein bisschen Ergebniskosmetik, wäre auch gerecht gewesen. Also ich würde sagen, der Sieg von Leipzig ging in Ordnung, aber viel zu hoch. Ja, absolut, oder? Ja, du musst dir vorstellen, die drei, die eingewechselt wurden, die haben einen Marktwert von 100 Millionen. Die hat der ganze VfL zusammen. Und es war einfach auch ein guter Wechsel. 15 Millionen mehr als der Gesamtumsatz in der Vorsaison. Ja, und das ist schon das Extrem. Und dann muss man natürlich berücksichtigen, das waren jetzt fünf Gegentore in Gladbach, vier. Der VfL spielt im Moment stark ersatzgeschwächt. Und auch wenn man die Bank immer stark redet, kann man die Augen davon nicht verschließen, dass die fehlen. Und dann geht auch mal die Kompaktheit dann in entscheidenden zehn Flöten. Und Lute, der hat monatelang kein Spiel gemacht. Zum Beispiel Lossi, der ja zum Buhmann schlechthin gemacht wurde, du hast selber irgendeine Kurve erlebt. Der hat keine Spielpraxis. Auf der Bank sitzt ein Passlack ohne Spielpraxis, ein Römmling, ein A-Jugend-Torwart. Da müssen wir doch mal die Kirche um den Dorf lassen und sagen, das kann dann eben gegen Leipzig mal nicht reichen. Die haben das richtig gut gemacht bis auf diese fünf Minuten. Hält der Lute den Ball? Weiß man nicht, ja? Ob die anderen dann fallen, weil das hat schon Schockwirkung. Aber man muss doch Demut walten lassen und sagen, so gut, Leipzig, Mund abputzen, in der Tabelle ist nichts passiert. Jetzt kommen die Spiele, die noch wichtig sind und da können wir was machen. Ich glaube auch, das ist eben das Ärgerliche dabei, was die Fans jetzt letztendlich so auf die Palme gebracht hat, war, dass du es ja wirklich gut machst als VfL so lange Zeit. Und dann diese kurze Zeitabschnitte, das ist ja das, wo die Leute dann dachten, jetzt reicht's. Also diese individuellen Fehler wurden dann irgendwie zu hochgehängt dafür, dass man denkt, okay, wir müssen immer noch uns vor Augen führen. Das war RB Leipzig. Ja, und selbst wenn der junge Öhrmann nicht verletzt gewesen wäre, der ist ja der Schnellste beim VfL. Selbst der hätte Probleme gehabt gegen Openda. Das ist einfach, davon gibt's in der Bundesliga keine vier. Ja, und da muss man eben sagen, okay, ja, der nächste Gegner kommt und dann sieht's wieder anders aus. Aber was da und ich sag dann, dieses No-Go, aufstehen, nach Hause gehen, dann so tun, als jetzt bin ich beleidigt persönlich, hilft kontraproduktiv. Das gehört sich auch einfach nicht, oder? Nein, also ich glaube, gegen Bayern ist keiner gegangen. Ich habe keinen gesehen, der frühzeitig gegangen wäre. Im Internet wurde dann ja argumentiert, ja, wir müssen aber aus dem Parkhaus raus, da steht man dann stundenlang. Ja, das ist Chaos. Nach dem Spiel gefeiert, gefeiert ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit Applaus bedacht, auf jeden Fall positiv verabschiedet. Da ist alles in Ordnung, auch Trainer Thomas Letcher, den hat ja gesagt, die Fans in Summe waren großartig. Die haben die beiden Teams auch so ein bisschen geweckt, leider Leipzig dann letztlich ein bisschen mehr in dem Fall, als das Spiel so ein bisschen dahintröpfelte. Ja, da sind sie aufgestanden. Ja, also wir wollen jetzt noch lange hier kein Stimmungstief-Diagnose ziehen, gar nicht. Einmal aus Nostalgiegründen, das ist nicht das Spiel, was man Andreas Lutze gewünscht hätte, oder? Sein vermutlich letztes Spiel, vorausgesetzt, Riemann holt natürlich nochmal fünf Karten oder eine. Ich sage, er spielt nochmal, ich will es nicht hoffen, dass sich Manuel Riemann verletzt oder mal krank fehlt, dann wäre das natürlich der Fall, kann immer passieren. Aber ich gehe weiterhin davon aus, dass Bochum den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag schafft. Ich könnte mir vorstellen, dass Andi Lute dann nicht von Beginn an vielleicht, aber wenigstens nochmal zum Abschied ein paar Minuten bekommt. Und ich gehe davon aus, Andi Lute sehen wir noch einmal in dieser Saison im Tor des VfL Bochum. Und das Spiel war maximal unglücklich für ihn. Das begann total spektakulär mit einer Riesentat, absolute Glanzparade. Und dann musste er eigentlich nicht mehr so richtig halten. Und was auf sein Tor kam, hat Leipzig, das kam ja hinzu, die waren gnadenlos effizient reingemacht. Beim zweiten hatte er seine Finger mit im Spiel, ansonsten konnte er nichts machen. Er war maximal unglücklich gelaufen irgendwie für den Torwart. Und dann Ordez, Eigentor, das habe ich im Spiel gar nicht gedacht. Ich dachte, der war vorher schon drin, aber es war Ordez, der den Ball auffallen hat. Also es waren genug Fehler in der Mannschaft, die aufaufragungsvoll gekämpft hat, die aber genug Fehler gemacht hat. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich angesprochen habe. Jetzt den Schweizer hinzurichten, auch medial zum Teil, finde ich A, kontraproduktiv und B, dem Spielverlauf nicht entsprechend. Denn ich sage mal, wenn ich den hinrichte, ich habe einen Asano nicht gesehen. War auch krach. Ich habe einen Broschinski nicht gesehen. Und wenn Lossi ein Ausfall war, waren die beiden an diesem Tag auch ein Ausfall. Und Lute bekommt eine richtig ordentliche Note noch. Der verliert das Spiel. So bitter das klingt, und ich mag ihn, ich kenne ihn Jahrzehnte noch aus der Jugend, der verliert das Spiel. Und der wird dann wohlwollend benotet. Und da muss ich dann immer sagen, wird er gewürfelt? Nein, ich finde jetzt nicht, dass Lute das Spiel verliert. Also das war dann schon, wie schon erwähnt, bei allen Toren waren auch andere mit im Spiel. Unter anderem bei allen vier Toren, das muss man auch sagen. Dann verliert auch Lussi das Spiel nicht. Nein, die Mannschaft verliert das Spiel. Aber Lussi hatte keinen guten Tag. Vielleicht hat der Trainer ihm auch im Nachhinein keinen Gefallen damit gezahlt, als Rechtsverteidiger aufzulaufen gegen das Tempo von Xavi, gegen diese Qualität. Da sah er schlecht aus. Er ist kaum in die Zweikämpfe gekommen, wenn der Ball auf seine Seite rübergespielt wurde. Und das hat Leipzig gut gemacht. Nicht zu oft, aber oft genug. Und dann war es immer gefährlich. Und dann hatte Lussi ganz, ganz große Probleme, überhaupt in den Zweikampf zu kommen. Wenn er in den Zweikampf kam, hat er ihn meistens verloren. Seine Quote lag bei 26 Prozent. Das ist sehr wenig für einen Verteidiger. Und da finde ich die Fünf schon gerechtfertigt von der Leistung. Aber deswegen ist er für mich auch nicht der einzige Spieler, der dieses Spiel verloren hat. Ja, ihn da so rauszupicken. Ja, richtig. Und er ist aber der Einzige, der mit der Note Fünf benotet worden ist. Beim Kicker zum Beispiel. Und das finde ich absolut unmöglich. Wenn ein Teuter einen entscheidenden Fehler macht, kriegt er normalerweise eine Fünf. Das ist eigentlich über Jahrzehnte so gewesen. Bei 1. Christian hat plötzlich eine 3,5. Fehlen mir die Worte. Auch bei Asano und Broschinski. Ich will damit sagen, man sollte vielleicht damit umgehen. Denn der Trainer wird jetzt massiv attackiert, weil er den gebracht hat. Erinnert uns eine Woche vorher. Gamboa verliert das Spiel eigentlich schon in der ersten Halbzeit. Mit beiden Toren hat Gamboa die Aktien. Gamboa hatte die Aktien drin beim Gegentor gegen Bayern München. Der Trainer hat Irmann nicht da. Passlack spielte keine Rolle. Er muss da einen hinsetzen. Er lässt einen, der zweimal richtig geschwächelt hat, raus und bringt einen anderen. Der schwächelt dann auch. Da fehlt es dann eben an Qualität. Punkt. Aber wenn du hast gesagt, Ralf, der Teuter hat das Spiel nicht verloren, dann sage ich, der Schweizer hat das Spiel auch nicht alleine verloren. Nee, habe ich auch gesagt. Da sind wir uns einig. Aber er war trotzdem nicht gut. Das habe ich auch nicht, das habe ich nicht einmal gesagt, dass der gut gewesen wäre. Der war schlecht, der war richtig schlecht. Aber da waren eben noch... Vorher hast du angesprochen, Asano konnte sich gar nicht in Szene setzen diesmal. Broschinski konnte sich nicht durchsetzen, weil Leipzig, das muss man lobend sagen, die haben so viel individuelle Qualität. Man kann als Bochum ja dann darauf hoffen, dass die nur darauf setzen. Aber das haben sie nicht. Die haben sich nicht unnötig locken lassen, sondern ihre Nadelstiche vor allem nach diesen Balleroberungen gemacht, wenn Bochum im Mittelfeld den Ball verloren hat. Wie erwähnt, da waren viele beteiligt. Lucia war auch bei einem Treffer mit drin. Vitek war mit drin, der ansonsten, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat. Stöger war mit drin. Also auch absolute Leistungsträger und Stammkräfte. Bernardo beim Ersten, der auch ein ordentliches Spiel trotzdem gemacht hat auf der linken Seite. Das ist ja eh die bessere Bochumer Seite war. Das war ja auch der Plan. Genau. Also ich finde es gut, dass wir jetzt doch nochmal so einen positiven Dreh gefunden haben und nicht nur der... Und Gamboa war in Gladbach unterirdisch und auch gegen Bayern nicht in Höchstform. Und davor hat Oermann gespielt. Tim Oermann, um es jetzt wieder positiv nach vorne zu drehen, soll diese Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Und dann gehe ich davon aus, dass er auch spielt. Und das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Der war Leihkandidat im Sommer kurz vorm Wechsel auf Leihbasis nach Rot-Weiß-Essen. War auch Leihkandidat lange im Winter. Und jetzt ist er ein Hoffnungsträger. So schnell kann es gehen im Fußball. Und Stammspieler geworden, ne? Ja. Ja, Platz 15 ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz gemütlich. Aber, wenn man auf die Punkte schaut, immer noch voll okay. Weil der Abstand zum, ich meine, zum achten Platz ist genauso groß wie zum 16. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Zum siebten, glaube ich, sogar, ne? Das kann auch sein. Acht Punkte. Ja, genau. Und acht Punkte sind es auf Hoffenheim. Also es ist auch noch komfortabel. Also ich meine, in Sachen Klassenerhalt, die Hoffnung nach Bayern, die ist doch... Also es ist doch keine tote Hoffnung jetzt, oder? Also absolut okay. Der Punkteabstand. Wir haben... Ich kann mich kaum erinnern, dass wir mal so früh in der Saison so einen großen Abstand zu den Abschießrängen hatten. Es ist alles in Ordnung. Deshalb gibt es auch überhaupt keinen Grund zur Panik. Die Niederlagen sind erklärbar. Wir haben es ohne Wenn und Aber. Ich wiederhole es nochmal. Leipzig überragende Qualität. Da mussten wir passen. Gladbach war mal ein schlechtes Spiel. Aber ansonsten spielt der VfL Bochum über seine Verhältnisse. Und Platz 15 ist das Saisonziel. Und das hat man erreicht. Und wenn man guckt, wer in welcher Gesellschaft wir uns befinden, mit welchen Vereinen, die entweder punktgleich mit uns stehen oder einen Punkt mehr haben, dann muss man sagen, dann kann der VfL nicht so viel verkehrt gemacht haben. Wolfsburg, Gladbach, Union Berlin. Ja, gut für den VfL. Ich glaube, das war das Beste am Wochenende, dass Mainz sein Heimspiel nicht gewonnen hat gegen Gladbach. Das wäre ja vielleicht denkbar gewesen. Nach dem Verlauf der ersten Halbzeit vielleicht sogar zwingend. Mit Unentschieden wird Mainz den VfL nicht mehr einholen können. Und ja, Köln hat verloren gegen Darmstadt. Darmstadt ist der erste Absteiger für Darmstadt. Das dürfte sich erledigt haben. Und dann gucken wir mal. Der VfL hat jetzt Freiburg. Und dann kommen die Big Points in Köln, in Mainz. Der ganze Keller als Restprogramm. Da würde der VfL, also in Köln und Mainz, würde dem VfL jeweils ein Unentschieden reichen. Und Heimsich gegen Darmstadt. Harnstadt, Darmstadt und vielleicht ein Heimsich gegen Heidenheim. Dann bist du schon ganz, ganz nah dran. Aber eben die Punkte, da zahle ich jetzt auch für, werden nicht hier am Tisch vergeben, sondern auf dem Platz Sonntag 15.30 Uhr. Wie viel zahlst du? Ich zahle. Ich finde, das kostet 10 Euro. Ich habe kein Problem, das an Lichtblicke zu spenden. Überhaupt kein Problem. Oder so, genau. So machen wir es. Sehr gut. Wie viele Punkte sollte es denn geben, eurer Meinung nach, aus den nächsten vier Spielen? Freiburg, Mainz, Darmstadt, Köln. In der Reihenfolge. Fünf. Ich würde sagen, da ist sogar noch ein bisschen mehr drin. Also ich finde, gegen Freiburg muss man nicht gewinnen. Man ist nicht der Favorit. Aber zu Hause ist 50-50. Gegen Freiburg waren immer enge Spiele zuletzt. Auch wenn die letzten fünf Pflichtspiele leider verloren gingen. Aber teilweise auf sehr unglückliche Art und Weise. Da ist noch was offen, ne? Also da sehe ich auf jeden Fall einen Punkt. Vielleicht auch einen Sieg. Bochum bleibt heimstark für mich. Auch wenn es jetzt vier gab gegen Leipzig. Da haben wir ja darüber gesprochen, wie das zustande kam. Ja, und dann habe ich ja eben schon gesagt. Mainz ein Punkt und in Köln ein Punkt. Und Darmstadt-Heimsieg. Da haben wir fünf Punkte. Und gegen Freiburg ein bis drei Punkte. Also sechs bis acht. Okay, das ist ja... Und dann ist der Deckel eigentlich auch schon drauf. Ja, nach vier Spielen jetzt noch. Wenn es so käme, wäre der Deckel drauf. Okay. Soll ich meine fünf Punkte auch aufzählen? Ja, bitte. Wir holen einen Punkt gegen Freiburg. Wir holen aus den Spielen in Mainz und Köln einen Punkt. Und gewinnen dann das Heimspiel gegen Darmstadt. Ja. Das wäre es doch. Das wäre doch was Schönes. Und wie machen wir das? Also mindestens einen Punkt gibt es am Sonntag diesmal. Ja. Zu Hause gegen Freiburg. mit einem geläuterten Riemann. Mit einem Masovic. Mit einem Ohrmann. Den habe ich Samstag gesprochen. Da sagte er sehr, sehr zuversichtlich, dass er Anfang der Woche ins Training einsteigt und auch spielen kann. Das sind schon mal ganz wichtige Leute. Und vielleicht wird der Trainer jetzt auch mal vorne was ändern. Denn mittlerweile ist Broschinski völlig abgetaucht. Ja. Da wäre ich auch in den letzten zwei, drei Spielen, konnte er sich nicht mehr so in den letzten zwei Spielen durchsetzen. Und ein junger Mann, der dann den Step geschafft hat, auch gute Leistungen gebracht hat. Wir haben ihn ja auch gelobt. Und vielleicht jetzt mal wieder, das ist gar nicht böse, einfach mal eine Pause wieder benötigt und der Routinier Hofmann mal wieder zurückkommt. Hofmann, ja. Auch wenn er den Kopfball leider nicht macht. Ja, aber das war okay, gut gemacht. Also auch ein bisschen Pech dabei, muss man ehrlich sagen. Das war eine Aktion, die war gut. Das war übrigens eine Aktion, die wir von seinem Vorgänger eben nicht in dem Spiel gesehen haben. Für Patientia haben wir natürlich auch noch. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, an der Stelle, für einen von beiden? Hofmann. Ich wäre auch für Hofmann aufgrund seines absoluten Willens, in den Zweikampf reinzuhauen. Bochum ist, statistisch habe ich eben nochmal nachgeguckt, die Mannschaft in der Bundesliga mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen, mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen. Das ist auch ein Gütesiegel für so eine Mannschaft. Und da passt Hofmann besser rein als Patientia. Ja, kommt wieder auf einen richtigen Fight an gegen Freiburg. Fight, vom Hinspiel, ne? Und, da erinnere ich an das Hinspiel, das schöne Stichwort, die Plakate, die in der Stadt hängen, die gefallen mir sehr gut. Schon wieder sehr gut gemacht. War doch was, also war doch was, richtig. Wenn ich überlege, dass Quateng zu Recht nach meiner Meinung die rote Karte sieht für das Nachtreten, dann muss ich aber sagen, dann muss in Mönchengladbach Neuhaus die rote Karte sehen. Und dann muss im Hinspiel Griffo zweimal eigentlich die rote Karte für diese Szene sehen. Und der macht dann per Elfmeter, der strittig war, auch noch das 2 zu 1. Also da gibt es eine Menge aufzuarbeiten. Und der Trainer, der hat es vor ein paar Wochen schon mal im kleinen Kreis gesagt, der hat es jetzt nochmal gesagt, Freiburg ist ihm ja noch ein absolutes Dorn im Auge. Nicht wegen der Schiedsrichterentscheidung, weil das die einzige Mannschaft ist, seitdem er in Bochum ist, gegen die er noch nie einen Punkt geholt hat. Aber gegen alle anderen Mannschaften hat er gepumselt, nur noch nicht gegen Freiburg. Ich würde sagen, war er bis Sonntag machen. Hatte er allerdings auch erst zwei Chancen zu. Das Rückspiel letzte Saison ging 0-2 aus. Das Hinspiel war noch unter Thomas Reiß, auch sehr unglücklich, 0-1 verloren. Rückspiel war Freiburg die clevere Mannschaft, sehr effizient. Lucia hatte rote Karte gesehen, hoffentlich kein böses Ohm. Hoffentlich nicht. Und das Hinspiel dieser Saison, haben wir gerade gesagt, maximal unglücklich gelaufen. Ist sowas denn noch in den Köpfen der Spieler? Glaubt ihr das, dass das irgendwie noch eine Rolle spielt, diese ärgerliche Nichtentscheidung? Ich glaube, es wäre besser, es spielt keine Rolle, weil das lenkt ab. Natürlich wäre es besser, aber es ist eigentlich meine, da hat man ja keine Wahl. Der Trainer wird das auch nicht thematisieren. Der Trainer kocht natürlich auch, wenn er daran denkt. Vor allen Dingen, weil Herr Streich ist ja absoluter deutscher Fußball-Sympathieträger. Vielleicht sollte man mal mit einer Kamera 90 Minuten ihn beobachten. Dann würde vielleicht von diesem Image ein bisschen bröckeln. Machst du das manchmal? Ja, der fühlt sich nämlich während des Spiels, vor allen Dingen bei Heimspielen, auch wie die Axi Imwalda an der Linie. Und wenn du die Szene gesehen hast, da auch als der Griff oder wie er da agiert, damit, so nach dem Motto, eigentlich ist da ja gar nichts passiert, Herr Schiedsrichter. Also, man sollte da schon auch mal hingucken. Der ist total klasse Interview, super Trainer, absolute Ikone, aber fehlerfrei. Und frei von jeder Schuld ist Herr Streich auch nicht, oder? Nein, der geht schon immer ab. Erinnert ein bisschen an das HB-Männchen früher aus der Werbung. Das gehört zu seinem Kultstatus irgendwo ein Stück weit dazu. Also, in den Köpfen, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind nach zwei Niederlagen und neun Gegentore heiß genug, um nicht an das Hinspiel denken zu müssen, um da Vollgas zu geben. Da habe ich gar keine Sorgen. Ich habe ja nach dem Bayern-Spiel auch gesagt, ich glaube nicht, dass diese Mannschaft einbrechen wird. Und gerade gesagt, sie sind weiterhin heimstark, auch wenn sie es jetzt mal auf der Mütze gekriegt haben. Sind wir bei den Tipps? Ja, ja, absolut. Bitte. Ein bis drei habe ich gesagt, also gehe ich natürlich auf drei. Zwei, eins. Schön. Finde ich gut. Drei, eins. Dann, okay, wow. Hey, ich bin positiv begeistert. Also, man ist immer positiv begeistert. Egal. Dann macht Freiburg für mich einfach kein Tor. Und jetzt sind es zwei, null. Okay, und wenn wir sagen, die Mannschaft sollte vergessen, was im Hinspiel war, die Fans werden es definitiv auch nach dem Plakat nicht vergessen. Und die Freiburger werden hier sicherlich einen heißen Pannenzell. Das glaube ich auch. Und die Fans, die auch aus dem Stadion gegangen sind, die Dauerkarteninhaber, die kommen auch wieder. Und feuern dann die Mannschaft genauso an wie sonst. Und wir haben gelernt, bei Siegen gibt es die Parkprobleme nicht. Da sind sie erträglicher. Wir besprechen den Sonntag gegen Freiburg. Hoffentlich ohne VAR-Zwischenfall und ohne rote Karten am liebsten. Dann nächsten Montag hier wieder beim Stadtwerke Bochum VfL-Talk. Anne Kastrup, bis dahin. Tschüss. Danke.